Vor ca. zwei Wochen habe ich über 50er Jahre Kleidern berichtet und habe von euch ein riesen positives Feedback bekommen. Danke an der Stelle nochmal und ich habe auch eines festgestellt, viele hatten Fragen Richtung Rocker-Billy-Kleidern. Das geht ja in die Richtung von 50er Jahre und genau diese Fragen, da waren sehr, sehr interessante Fragen dabei, habe ich in einen Bericht niedergeschrieben, den ihr entweder hier auf diesen kleinen Banner findet, also hier einfach draufklicken oder unterhalb vom Video findet ihr auch einen Link, wo ihr direkt zu diesem Artikel kommt, wo ich genau eure Fragen genommen habe, um diese Antworten da niederzuschreiben. Also sprich, ihr bekommt da Tipps und Tricks an die Hand zu Outfits, wo kaufen, welche Formen oder Farben gibt es oder auf was ihr achten sollt, wenn ihr ein bisschen Übergröße habt oder einen großen Busen, denn da trauen sich Mädels wahrscheinlich doch nicht so oft zu Kleidern zu kaufen, gerade online, weil sie sich da ein bisschen unsicher sind. Da findet ihr auch die Tipps, auf was ihr da achten müsst, wenn ihr, wie gesagt, ein bisschen Übergröße habt und ja, wenn ihr die Kleider dann online bestellen wollt. Wenn ihr dann wieder Fragen habt zu diesen Rocker-Billy-Kleidern, dann wie gesagt, nutzt die Kommentarfunktion, ich freue mich oder schreibe mich direkt an und wenn ihr wissen wollt, wie man solche Kleider ja günstig, ja, online bekommt, dann abonniert mich hier einfach oben auf den kleinen Logo und folgt mir auf YouTube. Auf der Seite von Fancybeast findet ihr dann natürlich auch noch die verschiedenen anderen Icons wie Facebook, Twitter und Co. Ich würde mich freuen über die Däumchen und in diesem Sinne viel Spaß mit den Rocker-Billy-Kleidern.